Guten Tag, ich möchte eine Anzeige erstatten. Ich bin in der S-Bahn angegriffen worden. So, sind Sie verletzt worden? Ein Eyeliner ist das bestimmt nicht. Also, schreib! Nö. Also, Hämatom? An welchem Auge? An dem hier. Das soll ich jetzt an dem hier ins offizielle Protokoll schreiben? Sprach das genauer? Das linke oder das rechte Auge? Es tut mir leid, ich kann rechts und links nicht voneinander unterscheiden. Das ist ja nicht mehr ärgerlich, weil ich habe nämlich eine Links-Rechts-Schwäche. Horst! Ist das jetzt das linke oder das rechte Auge? Mensch, ich weiß es doch irgendein. Ja, rechts ist auch, wo der Daumen innen ist. Ja, gucke. Ja. Du, lass mal, lass mal. Ich hab da eh ne Idee. Gucken Sie mich mal an. Au! So, äh, schreib Hämatom an beiden Augen. Gucken Sie mich mal an. Gucken Sie mich mal an. Gucken Sie mich mal an.